hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft core und wie ihr seht habe ich die seiten verkleidungen hier mal fertig gemacht ich bin sehr froh dass es euch deutlich besser gefällt als die alte version auf der seite hier drüben habe ich es auch schon gemacht hier noch ein bisschen so ein dekor element sag ich mal wieder drüben auch damit sie halt nicht so leer hier aussieht und ja da weiß ich noch nicht ob wir da ein fenster hin machen ob es dazu lassen dass er der baum eigentlich ja genau also das ist soweit der aktuelle stand der fabrik die seite hier ist noch hieselig da machen wir noch und das dach ihr habt ihr recht das dach ist auch so nicht wahnsinnig hübsch ich weiß noch nicht genau was wir damit machen ich habe im internet eigentlich was ganz cooles gesehen ich weiß nicht ob wir das hinkriegen beziehungsweise ob ich das hinkriege das nachzubauen aber vielleicht wäre das was mal gucken ob wir da im halloween stream vielleicht ein bisschen was machen je nachdem cool cool dann wollen wir mal zum heutigen thema und zwar diese sachen hier verarbeiten aber ich möchte da nicht unbedingt immer kabel verlegen deshalb habe ich mir überlegt bauen wir uns so ein dimensional transceiver und dafür haben wir natürlich nichts war klar ach ja ich habe hier mir so ein paar so pattern und sowas gemacht nichts besonderes aber ist ganz praktisch gewesen zum bauen so also einmal nach hause und versuchen das zeug zu bauen schauen wir mal ganz kurz zum reaktor ja immer noch generation rate 1,15 millionen und input 150.000 wir haben 6 und 6 und genau 63,11 prozent fuel conversion rate das ist cool und es läuft sogar auf 65 prozent schild das ist echt krass das ist wirklich krass der core ist auch runtergekühlt unter 5000 grad läuft definitiv läuft ja ein bisschen wird er noch brauchen denke ich mal bis er alles durchgeheizt hat und dann gucken wir weiter aber da wollten wir ja gerade gar nicht unbedingt hin sondern wir wollen dahin genau denn der translocator nee der quatsch der transceiver so der trend wo ist er denn der menschner transceiver der braucht hier diese ender crystals und die brauchen vibrant crystals so und die brauchen dann noch mal eine endermann soul so und ein paar level das heißt wir brauchen soul vials und dann geht's ab ins end ich weiß noch nicht genau wie wir das mit dem cryo teo machen also ich habe zu letztem schon mal angesprochen wir haben ja die möglichkeit dass entweder quasi über die mob learning zu machen oder halt über eine richtige bliss farm also quasi über so eine normale farm mit dem grinder und einem draconic grinder dann noch ja das wäre vielleicht eine option und dann genau einen spawner der mit einem awaken core stabilis das ist und den könnte man dann auch ausschalten wenn es zu viel wird das wäre jetzt so grob die idee ich glaube ich kann hier ein paar level lassen ich glaube nicht dass wir so viele brauchen werden so und die oberen level sind ja viel zu schade für sowas aber wobei ich sehe gerade der der nimmt immer nur die 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 äquivalente anzahl okay das passt gut das ist ja gut so transceiver dann ender resonator haben wir einen slice and splice wahrscheinlich nicht nö toll nicht okay einen slice and splice bitte zu mitnehmen oh was da ist äh zu mitnehmen und zwar ein soul machine chassis und ein b metal gear okay okay wir brauchen ein bisschen was davon und dann brauchen wir das casing oder maschinen wie geht denn das soul geht mit soul attuned die blend und simple maschinen chassis simple maschinen chassis kann man zwei machen ja easy und soul attuned gut damit sollten wir eigentlich alles soweit haben können das jetzt machen können wir nicht denn wir müssen erst noch nuggets draus machen kommen wir machen gleich zwei so ein bisschen was auf reserve so und jetzt sind die gitter aus jetzt auch so und jetzt noch ein anderer kopf wie wäre es denn zum beispiel gut wir haben 25 endermann köpfe aber wir nehmen trotzdem ein zombie kopf äh what iron bar war das nicht eine iron bar doch warum hat er die nicht reingemacht keine Ahnung so dann den crystal binder die beiden chisel können wir kurz weg wir bauen nämlich heute mal nichts sondern machen wieder ein bisschen technischen progress zack und und ah ja ein octetic capacitor also unter octetic arbeiten wir gar nicht erst würde ich mal behaupten so und dann brauchen wir eine eggs nicht eine egg sondern eine eggs und eine sheer so hier ein bisschen gebrauchter müll und dann brauchen wir solarium vibrant alloy silizium ähm vier genau dann brauchen wir und dann brauchen wir endermann hat zwei und dann brauchen wir noch solarium vier so ja ja ist jetzt nicht so dramatisch danke so transceiver ach Moment wir haben den hier ja haben wir jetzt alles dafür nein es fehlen noch drei sachen uns fehlt noch fused quads haben wir das nicht automatisiert ja hundert und uns fehlt noch ach noch ein octetic ok octetic beziehungsweise zwei octetics und 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 jawohl jawohl äh öh öh ahja ich finde aus meinem eigenen haus nicht mehr raus das ist klug nicht was soll das also wir verstecken das teil am besten irgendwo hier unten das will ja keiner sehen und sagen dann passau was als ob die mittlerweile auch nen kapasitor braucht boah ich dachte grad schon brauchen hä oder sagen wir bitte dass der zumindest keine externe stromversorgung braucht sondern nur einer von beiden please das bringt ja sonst gar nichts immer wird alles genervt immer wird alles genervt so also das ist der rhein und dann sagen wir items beziehungsweise strom ähm machen wir ja einfach machen wir ja einfach so und dann gehen wir mal in den keller da soll nämlich die ressourcen erstmal verarbeitet werden und da kommt der da rein und sagen wir hier pass auf strom sendest du und item empfängst du und dann kommt da ein point drauf so und der kriegt dann halt strom von uns komm was soll der geiz jo so und die frage ist jetzt natürlich ob der andere per wireless auch strom bekommen hat ich hoffe es sehr jawoll das hat funkt okay das funktioniert das ist sehr gut das ist sehr gut äh dann können wir hergehen und sagen äh item conduit und energy conduit so wir nehmen mal die normalen weil ich würde mal behaupten die reichen für so ein paar harvester so so der sollte jetzt theoretisch genau das hier alles weg ernten das habe ich erwartet sogar so und dann und je nachdem wer schneller ist macht halt einmal der und einmal der weg aber es ist ja vollkommen egal und man sieht es wächst hier in so einer geschwindigkeit nach es ist Wahnsinn so 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 und extract always active 1 2 3 und item conduit so genau einer hat gefehlt und der kommt auch auf extract always active und dann sollten die items alle hier rein tun sie auch so weit ja tun sie sondern die sollten sich hier unten im keller ansammeln in dem hier tun sie auch sehr gut so jetzt verarbeiten wir die gleich und zwar mit einem crafter mit einem crafter würde ich sagen dafür brauchen wir die dinge und die dinge ich habe kurz überlegt so verschiedene crafter aber ich glaube einer reicht zumindest für die sache so wenn wir natürlich dann noch mehr ressourcen irgendwann brauchen dann ist wieder was anderes so aber wir mit enderium elektrum copper silver redstone und niederquart und ja ich habe in den kommentaren gelesen ja ich hätte mir auch signal um pflanzen machen können ja okay habe ich verkackt andererseits brauchen wir silber ja sowieso glaube ich für mehrere rezepte von dem her da passt doch schon so kann sich jeder so ein block hier nee nee auf keinen fall auf keinen fall jeder kriegt zwei 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 ja okay da geht drei damit es aufgeht remember so enderium copper redstone elektrum silver ich habe irgendwie nicht erwartet dass wir da mehr als 1 pro rauskriegen aber das ist schon krass teilweise hier wie viel inge jetzt wieder bekommen und quarts ja wie funktioniert quarts senz quarts da ach so ok warum auch immer gut apply gut haben wir eingespeichert sehr gut die sind auch alle auf ext das passt 1 2 3 4 5 6 verschiedene sachen das heißt wir brauchen natürlich eine die storage unit natürlich nicht sondern eine black hole unit und zwar fünf stück machen wir hier ein controller dran ganzes leben einfacher macht wäre schon besser ne wäre schon besser dafür bräuchten wir aber noch ein pink slime ingot was sollten wir aber hinkriegen wir müssen dann auch noch ein me system aufbauen und irgendwie die anderen ermöglichen sich da als owner einzutragen ne da bin ich mir noch nicht ganz sicher wie wir das machen ach ja ich habe hier übrigens redstone dran gemacht so wie einige gesagt haben aber ich habe nicht das gefühl dass es schneller geht ich glaube der war auch so an und falls ihr meint weil sich der propeller nicht dreht der dreht sich mittlerweile nicht mehr das war mal so aber das ist nicht mehr so so pink slime der pinkie und der slime 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 so das wird wohl reichen für einen ingot komm schon jawohl gut mehr brauchen wir nicht dann nehmen wir den controller weil einfach nur wenn wir den controller nicht nehmen dann brauchen wir für jedes einzelne teil einen einen storage bus und das ist ja unnötig das ist richtig unnötig so black hole controller der ist dann da und dann kommen hier die black holes hin ich weiß auch nicht ob die anderen die fabrik so zum produkt zum grundlagen produzieren benutzen oder ob die die zu hause produzieren aber ich würde schon sagen dass sie dir für die grundlagenproduktion benutzen so item conduit und energy conduit dann wird sagen wir brauchen ja kein plug drauf machen wenn der direkter an der nähe ist das wäre lächerlich andererseits habe ich irgendwie das gefühl okay machen wir anders insert ich verstehe das problem ähm so jetzt kriegt der strom und der kriegt strom jawohl so ja ja silver enderium redstone nether quartz copper elektrum so eins zwei drei drei vier halt mal elektrum copper netterquartz ja jetzt habe ich irgendwie eins zu wenig gemacht eins zwei drei vier fünf tatsächlich schande schande über mich sollte aber relativ schnell gehen die sind hier nicht so teuer wie ein enigmatiker bei weitem nicht deshalb können wir die auch easy hier für alles benutzen so und dann hier noch mal ein item conduit und der zieht hier alles raus und packt hier alles rein und hier auch noch mal ein item conduit das zieht hier alles raus und packt hier alles rein und er produziert das das geht dann darüber und das geht dann hier rein und dann haben wir es perfekt ja gut das im system würde ich erst mal noch nicht direkt bauen oder ich weiß es nicht ich muss mal gucken ich will jetzt nicht zu viel auch vorweg nehmen weil wir eigentlich noch mal eine gemeinsame folge machen wollen in der wir uns dann halt anständig abstimmen können deshalb müssen wir mal gucken extract speed upgrade wir machen hier einfach über 15 rein weil es einfach nur egal ist wir haben ja genug geht das hier schnell genug hier reicht es aber ohne extraction speed upgrades kriegen aber trotzdem vier stück pro gerät so so soweit so gut noch dann wird hier eine menge zeug produziert der menschner transceiver ja fertilized essence das ist vielleicht noch das ist eigentlich echt unnötig noch wenn man ehrlich ist ehrlich sind ist das echt unnötig also so richtig unnötig okay das ist vielleicht ein bisschen unnötig riskant stellen einfach mal vorerst einfach mal in die wand hier das kann er gleich löschen und dann nehmen wir ein item conduit nochmal fertilized essen wir können auch mal schauen ob wir irgendwas sinnvolles draus machen kann ja fertilizer fertilization core ja fast nichts ich würde es mal wegwerfen falls jemand braucht kann das sicher dann rausnehmen aber wir sollten definitiven filter einbauen sonst werfen wir nämlich alles weg und das wäre doof so hier zack fertilize the sense always active und tschüss and na it's gone so always on und löscht löscht nur flüssigkeiten erstmal das geht da rein das geht da rein und wie viel haben wir schon wir haben jetzt in der kurzen zeit 100 silber 512 redstone 148 elektrum 144 copper 348 netaquarz und 50 enderium produziert alles klar ja gut das ist gar nicht mal so übel nur die verarbeitung selbst also quasi die maschinen hier die würde ich dann hier oben irgendwie hin bauen wir stellen die mal random kurz hier hin einfach nur um den platz schon mal zu reservieren ich weiß nämlich noch nicht genau wie wir die aufbauen aber ich denke mal wenn die hier so an der seite stehen dann ist das schon ganz okay die sehen halt echt niedlich aus ne die maschine hier das hier ist so die halle und da sind so die die kleinen süßen maschinchen das ist so lächerlich aber egal ähm genau da kommt noch ein capacitor rein und so weiter ist alles noch nicht angeschlossen schauen wir uns nochmal das kryotheum rezept an also das äh rezept für die dinger so also hier hat man mir gesagt ich brauche kein quarz ich war der meinung man kann auch fused glas nehmen ja ah fused quarz okay man kann auch fused quarz nehmen und das wird aus quarz hergestellt okay alles gut puh da hab ich schon ne leichte angst gehabt aber alles cool was man natürlich machen kann hier oben theoretisch mhm also rein theoretisch ähm ich weiß nicht ob das cool ist also es sieht sicher cool aus aber es ist halt mega ineffizient aber vielleicht ist das noch okay weil wir nicht so viel brauchen ihr habt keine ahnung wovon ich rede ich will es euch zeigen äh add immersive manual es gibt ja also wir könnten die kleinen dinger alle in den keller stellen und dann äh excavator oder so ein excavator schon auch nice arc furnace ja ein arc furnace zum beispiel auch anstatt von so einem alloy ofen einfach ein einfach hier so ne wisst ihr schon so ein einfach auch so für den style aber aber heavy machinery construction balloon multi block construction ja das ist generell nur die Einführung das sind jetzt einfach nur irgendwelche deko sachen gleise und so ein zeug wo man könnte sogar hier zeug mit minecarts hin und her fahren ne aber ich glaube dafür ist das halt nicht dass es nicht cool wäre aber schwierig ah genau assembler hier den da den hier könnte man natürlich auch äh statt einem crafter benutzen und das ganze zeug halt mit förderbändern rum kutschieren aber da muss ich die anderen mal fragen sowas müssen wir auf definitiv gemeinschaftlich entscheiden ich habe mir eh schon einiges rausgenommen indem ich hier einfach schon mal ähm ja entschieden habe wie das fabrikgebäude ausschaut von dem her ähm ja müssen wir mal gucken was wir da machen gut Leute aber ich würde sagen das war es dann soweit für die heutige Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gebt gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Minecraft Core bis dann tschüss bis dann